Markus Steinhofer, Ihr erstes Heimspiel, Meisterschaftsheimspiel für den FC Basler. Wie war es? Ja, es hat riesig Spaß gemacht. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, haben für die ein 3-0 gewonnen. Ich denke, es war eine gute Generalprobe für Donnerstag. Heute eben 13-0, klar Sie gegen den Tabellenletzten. Haben Sie gedacht, dass es so einfach wird? Ja, so einfach. Man muss von Anfang an hochkonzentriert ins Spiel gehen. Und ich denke, wir haben guten Fußball gezeigt. Ein einfaches Spiel gibt es nicht. Auch ein Tabellenletzter kann man mal straucheln. Das sieht man auch, glaube ich, in den anderen Ligen jedes Wochenende. Und ich denke, wir haben die Aufgabe souverän gelöst und es stand nie in Zweifel, dass wir verlieren können. Sie waren jetzt zum zweiten Mal dabei in der Meisterschaft und heute auch Alexander Dragovic zum ersten Mal in der Abwehr dabei. Also neu formierte Abwehr. Sie hatten ein paar Abstimmungsprobleme. St. Gallen hat Vorchecking betrieben und euch ein paar Probleme gemacht. Wie hast du das gesehen? Ich glaube, ich fand jetzt nicht, dass wir so viele Fehler gemacht haben. Natürlich haben wir auch wieder mit Alexander Dragovic einen neuen in der Innenverteidigung gehabt. Ich hatte ja letzte Woche schon das Spiel. Also ich glaube nicht, dass wir so große Abstimmungsschwierigkeiten haben. Und falls die noch da waren, dann werden wir die bis Donnerstag mit dem Trainer beheben. Wir sehen uns dann gleich. Wir sehen uns dann wieder. Okay. Okay. Weisbargine. Vielen Dank.